Mein Sohn ist gerade aufgemacht, der ist für Jahre alt und hat gesagt, er kann nicht schlafen, weil ich nicht da bin. Und er wünscht sich gerne eine Frau. Ja, dann ganz ehrlich, wir beenden die Show einfach. Hey, Leute! Und wer ist bei Ihnen? Ich bin der Oma. Brauchst du eine Schulbegleitung oder irgendwas? Was? Die Oma ist bei Ihnen? Die Oma ist bei Ihnen. Also ich habe ihn angekündigt und er... Ich finde es geil, dass es immer noch steht, Alter. Ja, und was war jetzt so, worauf habt ihr euch geeinigt? Halt einfach die Fresse und schlafen oder was hast du? Ich habe 30 Euro gezahlt, sei leise, es sind 60 Mark. Die Oma hat gesagt, sie spielt jetzt ein Lied vor. Die Oma spielt ein Lied vor. Schöne mal vor, die Oma steht so vorhin. Warum fickst du Kopf, Kopf, dein Kopf, dein Kutsch, die Sandale, halt mal die Fresse, du kleiner Putscher, ich will hier. Wie würdest du damit umgehen jetzt, wenn du jetzt dort wärst? Was würdest du tun, dass er... Gib mal Tipps, komm. Du würdest auf den Arm nehmen und schaukeln. Würdest du ihm was vorsingen? Ja. Was? Weiß ich noch. Ja, du musst jetzt was singen. Der weint. Äh, äh, äh. Denk mal, die ist so Einigkeit und Recht und Freiheit. Ich weiß auch nicht, was sie singen, so für das Deutsche. Du würdest ihm was anmachen. Schöne einfach YouTube hier, ganz ruhig. Guck das an. Oh, Entschuldigung, das war YouPon. Äh, nee. Okay. Die war's. Okay.